Platz Jetzt kommt die Flanke Tolles Tor! Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht So, hier sehen wir es jetzt nochmal, wie dieses Tor entstanden ist Die Flanke kommt und dann macht das perfekt Und zwar mit ganz viel Gefühl, das traut sich nicht jeder Viele würden einfach draufhalten Das ist Esprit